Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben hier das letzte Mal so ein Table mit Rechnungen erstellt, haben hier Keys gesetzt und haben gesagt, die Rechnungs-ID ist zum Beispiel nicht null, die Custom-ID ist nicht null und die Beträge sind nicht null. Und was wir jetzt diesmal machen, wir zerstören das Ganze wieder. Wir sagen einfach Drop Table Rechnungen oder Rechnung und führen das Ganze aus. So, und jetzt habe ich das Ganze zum Glück im Zwischenspeicher, denn wir wollen das noch mehr erweitern, als wir das letzte Mal schon getan haben. So, wir sagen hier, hier gibt es nämlich noch so ein cooles Feature. Ich finde das für, ja für, keine Ahnung, solche IDs, die sich sowieso eigentlich niemand von Hand eintippen will, finde ich das relativ sinnvoll, nämlich Auto-Increment. Das macht dann einfach, man gibt einfach nichts ein. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, wird hier jedes Mal einfach die Rechnungs-ID um 1 erhöht und angefangen wird eben bei 1, soweit ich weiß. Und dadurch müssen wir die halt nie mehr angeben und haben trotzdem einen Key, nach dem wir super referenzieren können und jedes mögliche etwas hier, ja. Ist einfach deutlich einfacher, also wir wollen es ja nicht jedes Mal angeben. Gut, und dann gibt es noch sowas wie Default. Sagen wir mal hier bei einem Betrag, wir haben ein Produkt, das fast alle kaufen und wir sagen hier Default-Wert ist 50. Also wir sagen, ja, dann brauchen wir natürlich das Not-Null hier nicht mehr, weil wir einfach Default einfach immer haben. Also wenn man nichts angibt hier für den Betrag, dann wird standardmäßig einfach immer 50 Euro Betrag gesetzt. Ja, ist natürlich auch sehr sinnvoll, wenn man sicherstellen will, dass man den Wert nicht jedes Mal angeben muss, aber trotzdem jedes Mal ein Wert vorhanden ist, also dass er nicht Null ist. Ist natürlich auch nicht schlecht. So, und wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann kriegen wir einen Fehler. Habe ich mich verschrieben? Nein, ich habe mich nicht verschrieben. Auto-Increment gibt es in MySQL, aber leider in der HSQL-Datenbank nicht. Ja, da gibt es was anderes. Nicht erschrecken, ist eigentlich nichts Besonderes. Wir haben hier nur kein Auto-Increment, sondern wir haben hier ein Identity, die übrigens standardmäßig immer der Primary Key ist. Das heißt, das hier unten kann ich mir eigentlich sparen. Ich weiß sowieso nicht, ob es funktioniert. Und nimmt zwei Parameter. Der erste besagt einfach, dass unser Startwert bei 1 liegt. Und der zweite ist, wie viel inkrementieren wir jedes Mal. Also wenn ich jetzt so mache, dann fangen wir bei 0 an und gehen dann jedes Mal um einen Schritt hoch. Wenn ich so mache, fangen wir bei 0 an. Der nächste ist dann 10. Warum auch immer man sowas möchte. Aber okay, gut. Was ist das? Unexpected Token, okay, Klammer auf. Gut, okay. Jetzt haben wir dann demnächst mal alle Fehler draußen, die es überhaupt nur geben kann. Also so sieht es für einen SQL-Server aus. Mit Auto-Increment war es für MySQL. So ist es jetzt für einen SQL-Server. Und HSQL benutzt nochmal eine eigene Schreibweise. So. Und wenn ich das jetzt ausführe, kriege ich den Fehler, Primary Key already exists. Weil Identity standardmäßig, wie ich gerade schon gesagt habe, der Primary Key ist. Das heißt, ich darf das rauslassen. Und jetzt funktioniert das Ganze endlich. Also, ihr seht, da gibt es wirklich für alle möglichen, für jede mögliche Datenbank gibt es eigene Syntax. Die machen das einfach so, wie sie gerade wollen. So sieht es für HSQL aus. Und das erste mit Auto-Increment war für MySQL. Und so habe ich es bisher eigentlich auch immer benutzt. Aber hey, ja. Gut. So, und jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie man ein Table verändert. Nämlich mit Alter Table. Und ja, dann müssen wir hier einfach das hier wegmachen. Und dann kann man hier sagen, was man gerne ändern möchte. Man kann sagen, Add. Und dann Column Name. Also, sowas wie, keine Ahnung. Datum. Und dann ein Date. Also, wann es gekauft wurde, kann man hinzufügen. Man kann sagen, Drop. Und dann natürlich hier. Achso, das heißt dann aber Drop Column. Und dann sagt man hier, den Column Name. Also, zum Beispiel, Betrag. Können wir dann einfach mal wegschmeißen. Ja, und dann können wir natürlich auch noch Alter Table Rechnung. Und dann können wir hier sagen, Alter Column. Und dann verändern wir sozusagen die Zeile. Und können hier den Datentyp eingeben. Also, Betrag ist der Name von der Spalte. Und sagen dann hier, okay, ab sofort wird der Betrag als Varchart 255 gespeichert. Das wäre dann ein String sozusagen. Mit 255 Zeichen maximal. Möchte ich jetzt nicht ausführen, weil wir eigentlich schon das alles so haben, wie wir es brauchen. So würde man jetzt, also, da ich natürlich ein Statement dann jeweils, so würde man das Ganze eben verändern jetzt. Gut. Das war es eigentlich, was ich euch zu dem Erstellen von irgendwelchen Tabellen sagen wollte. Und ja, nächstes Mal machen wir dann das, was ich schon euch angedroht habe, nämlich hin- und her jonglieren mit zwischen verschiedenen Tabellen. Das wird nicht ganz einfach, aber ich hoffe, ihr könnt mir folgen und konntet mir bisher auch folgen. Falls nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, bis dorthin wäre natürlich ein Abo nice. Ein Daumen hoch sowieso immer. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.